Hallo, ich bin Chris Atchik. Ich bin Chris Atchik vom European Dream TV, speziell für Sie. Heute berichte ich über Geschichte, Kultur und die Magie der Quelle eines der berühmtesten Flüsse in Europa. Die Donau ist der zweitgrößte Fluss Europas mit etwa 2800 Kilometern Länge. Er durchquert von Westen nach Osten den europäischen Kontinent und führt durch zehn Länder, wie hier im Bild Österreich, durch die schöne Stadt Wien, danach Ungarn mit der berühmten Stadt Budapest. Das endgültige Ziel der Donau ist Rumänien, wo sie ins Schwarze Meer mündet. Donau-Eschingen ist eine sehr schöne und ruhige Stadt und ist berühmt für die Quelle der Donau im Garten des Fürstenbergschlosses. Dieses monumentale Bauwerk ist das offizielle Symbol von Donau-Eschingen. Die Quelleinfassung in der jetzigen Form wurde vor 131 Jahren im 19. Jahrhundert gebaut. Zwischen 2012 und 2015 wurde das Denkmal grundlegend restauriert. Unser TV-Team verfolgte diese Sanierung über die gesamte Zeit. Jetzt freue ich mich, Ihnen einige Ausschnitte aus diesem Prozess der Wiederherstellung der Donauquelle zu zeigen. Eines der wichtigsten Monumente und Sehenswürdigkeiten, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Bei der Sanierung der Donauquelle mussten viele technische Herausforderungen gemeistert werden, um dieses historisch-kulturelle Erbe zu erhalten. Die Struktur der Umrandung bröckelte während der 131 Jahre und drohte zu zerfallen, was eine Gesamtsanierung durch das Fürstenhaus, die Stadt und das Land erforderlich machte. Drei Millionen Euro wurden in das berühmte Denkmal investiert. Vom Frühjahr 2012 bis zum Beginn des Winters 2015 erhielten die Skulpturen eine Rundum-Erneuerung. Ein eleganter Glasaufzug sorgt für einen barrierefreien Zugang und das gesamte Umfeld wurde den zeitgemäßen Bedürfnissen angepasst und hat sich zu einem Treffpunkt nicht nur für Touristen, sondern auch für die einheimischen Bewohner und der benachbarten Gemeinden auf der Suche nach Entspannung und Unterhaltung etabliert. Was die Donauquelle angeht, so sind wir froh, dass sich die Stadt bereit erklärt hat, mit uns zusammen die Renovierung anzugehen, um diesem touristischen Highlight unserer Stadt wieder den Stellenwert zu geben, den sie verdient hat. Es ist erstaunlich, dass aus dieser Quelle ein Fluss entspringt, der so groß und mächtig durch zehn Länder in Europa fließt. An der Umrandung des Quelltopfes sind die Zeichen der Horoskope angebracht. Und in dieser magischen Atmosphäre kann man sich etwas wünschen, wenn man eine Münze in das Wasser wirft. Ich werde die Gelegenheit wahrnehmen und mir nun einen Wunsch ausdenken und sie einen für sich. Zuerst werde ich meine Münze werfen und dann eine für sie. Ich werfe nun meine Münze. Achtung, eins, zwei, drei. Jetzt müssen Sie fest daran glauben, dass Ihr Wunsch in Erfüllung geht. An diesem magischen Platz in Donaueschingen, im Herzen Europas, verabschiede ich mich von Ihnen. Ich bin Chris Atschiki und ich sehe Sie in unserem nächsten European Dream TV-Programm. Mit neuen, spannenden Abenteuern hier in Deutschland, speziell für Sie. Um beijo enorme no seu coração.